Ich muss den Cut machen Hallo Leute, willkommen zurück Boot, ich bin umgefahren Roadkill Das ist ein Wuren zum Team, das Gegnerische Leider gebe ich nicht Achso, nein, ich bin bei dir Upsala Nachdenken, wie Thomas spricht Oder erstmal nachschauen Achso Aua, ich werde beschlossen Geht da morgen Aua, Aua Ich geh jetzt mal den Handen zum unüblichen Weg Aua, scheiß, die haben mich gekillt Ja klar, wie wir einfach mal durchgewölbt werden Weißt du was, ich mach jetzt dann auch einen Sniper Ja, scheißegal, dann zeig ich denen mal wie unfair das ist Ah, bist du rausgegangen oder was? Nö Watt, 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 watt Ich hab nur auf Tappen, bin nur auf Tappen, bin nur auf Tappen gegangen Heli Nein Aua, du beschissener Heli, ey Bin nur auf Tappen gegangen, schon kann ich nicht mehr denken, der wird Durchschnitt Das nennt man wohl Pech Hallo Tschüss Das ist schon scheiße, wenn man nicht zielen kann, mein Freund, ne? Wollte ich auch mal sagen, ne? Mein Freund. Da hat er so einen Hurenzong gemeint, er muss hier mit seinem kleinen Gefährt reinfahren und mir dann das Neidverschluss verpassen. Aber ein Schritt nach rechts hat gereicht, um ihm auszuweichen. Das war gut, freu dich doch. Da hat er natürlich gemeint, er muss sich hinter seinen komischen... Ich weiß, dass sie von dort hier abgeknallt wurde, aber okay. Ich werde es einfach mal vergessen. Und Bam getroffen. Wieder getroffen. Weiche. Und tot. Ich höre irgendwo ein Heli. Oh, hallo Heli. Da komm auch dich, Heli. Schieß mit einer Agetenwerfer, sofort. In Richtung Steel. Oh, ein LP ist hier drin. Echt? Mhm. Woher weißt du das? Wir sehen gerade. Das Awesome LP. Wie heißt der? Das Awesome LP. Ob es so awesome ist? Ich weiß ja nicht. Wir geben es dann einfach mal bei YouTube. Hab ich gerade getötet. Okay, jetzt haben wir den Kampf hier richtig. Oh mein Gott, das Video, meine KD-Wade rein. Soll es Motivation sein? Motivation sein? Oder einfach nur... Nonsense? auf schalke ist es so wenn man wenn die halt schreit immer schalke und so weiter das habe ich einfach was hier ist aber keine 4 an meinen namen dran nein das ist nicht aber du hast die flucht ist gerade 0 zu 4 jaja oder drüben selber ist ganz lustig ist Was, der hat sich überlebt? Naja, mehr ist es der BDR tot. Das Einzige, was ich schaffe, ist wirklich an einem Strompfahl zu schießen. Wut? So ein Stromarscht. Achso. Ja, klüchig, Stromarsch ist doch der Feind, ne? Ja. Spielen wir Let's Fight, Let's Battle gegen Stromarsch. Das ist so richtig geil, so. Für die ganze Familie, so. Ein Spiel für die ganze Familie. Trefft den Stromarsch. Neu im Ansichtshock. Und der hat mir auch lange nichts für gehört. Ja, Urlaub, weißt du? Immer noch. Ja. Ja. Mann, muss man doch. Der dauert, der richtig lange. Das ist denn bitte hier. Ich wollte ihn gerade töten. Habe ihn auch getötet. War das das Ausnahme-RP gewesen? Na, jetzt hast du gerade gewesen. Hoffentlich gut. Und dabei dachte ich hätte sie graf von sich und tot gerettet. Irgend so ein kleiner Hut und so schießt sie auf mich. Mhm. Ich auch. Tot. Oh, da sind die Panzer. Hallo Panzer, ich begrüße sie. Oh, now Forrest, doooow! Nein! Er habe mich erwischt. Komm, base, 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 komm, base. Würde ich hier können. Okay, bin da. Schlag ein. Ja, mein Meister! Mhm. Oh, du kannst nicht so epic fliegen. Ich dachte, wir knallen jetzt gerade gegen ein Schiff. Wo fischst du denn? Ich fisch immer aus, oben. Und dann greife ich erst an. Keine Sorge, du kannst vielleicht eine Küse machen. Oh, ich habe eh nicht mehr viel Zeit. Nee. Attacke! Attacke! Los, Forrest! Tage mal den Heli. Kann ich nicht. Natürlich, ich wechsleck. Aber ich... Ich habe mich leider nicht erwischt. Was tust du? Versuchen auszuweichen. Ja, was war das gerade? Hast du es gesehen? Nein. Ich schätze es gerade direkt, wo wir weggeflogen. Oh, ich denke jetzt mal, wir krachen gleich in irgendwas rein. Nein, nein. Oh, mein Flug ist noch nicht. Oh. Oh, ich habe nochmal am Ende für 6 hingekriegt. Hey, guck. Ich bin zweiter Platz. Toi. Ich hoffe, du kriegst ja noch... Extra lange! Och, na. Ach, krakant. Okay. So, ich bin noch nicht. So, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. So, ich bin noch nicht. Dann reicht das. Hm, lecker, Stöckgelatius. Arschloch. Na, 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 na. Scheiße. Nimm mich mit! So, da bin ich wieder. Nimm mich mit! war da mal jemand richtig geile fahrkünfte der btr ich hatte in einem ding hinterher gern diesen geländewagen ich bin grad zum btr gerannt sind eingestiegen das war auch hier ja da bist du doch hallo chris wo hinter dir hallo hallo da vor ist ob der schießt drauf ich krieg erstmal wieder nicht hier klar im panzer ist klar wieder einer btr und panzer der btr schon so wenn ich wüsste wo der panzer hin ist damit habe ich sage schießt nach oben schießt nach oben wurde er nach der kette der roh schießt bei toll ist es nicht mehr erwischt okay diese scheiß muss das liegt ein richtig auf was ein user hier müssen müssen user warum sozusagen bin ich noch mit der pps 2000 unterwegs ist bin auch mit der pps 2000 und das geht was die u u r panzer w v w ich schreib mal ich kann jetzt gar nicht schreiben das ist doch scheiß egal warte halt einfach ab ne ne der gbf kann sich ja nicht gewandt werden lol das ist doch wirklichkeit dass du es solltet ihr gesagt der schütter schütter der meinte schütter obwohl ich ihn aber nur von hinten abgeteilt ab wo er die letzte kette ist wenn du her ja 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 Die 6, die 5, was wir heißen jetzt habe ich ihn auch gezählt das ist die leiter aufgeklärt und hat sich gleich mal einen kill von mir gefangen lassen einfach mal ich auch schon trinken das habe ich auch schon gerade gedacht sicher keine art mit deswegen gefahrt kannst du kannst deutsch weil das bei gbf ist von leuten davon sollten die deutsch können und auch englisch natürlich lassen einfach wenn er meint dass es sich aufführen muss nur weil er getötet wurde genau kämpfen ein bisschen weiter weil ich da war nur sauer dass er vielleicht den camp platz gefunden habe oder kämpfen kann und im endeffekt dann jemand runter geschossen hat wie ich zum beispiel es stinkt doch den meisten wenn sie getötet werden obwohl sie guten platz zum kämpfen gefunden haben da studiere nicht so viel draus machen total vergessen dass ich gerade noch dabei habe und beide dauerung wieder also wo das außen hat wir gewischt cool Genau, wie ich schon auf seinen Kopf gestealt hab und der einfach... Das ist ne awesome LP, den suche ich dann mal später. Ja, ich suche ihn auch noch. Bin's guter. Damit kann man eigentlich wieder zurück auf dieses Thema kommen mit, äh... Hier, ähm, keine Displaye haben, keine Chance. Warum? Ja, schon, leid, dass man mit den Namen seines Kanals hier schon rumgeistert, kann man auch schon neue Zuschauer gewinnen. Möglich. Bin ich hier leider nicht mit so guter ATP drin. Ich auch nicht mit meinen Namen. Ist ja auch nicht so, sieben machst schon fast. Ja, aber wieso ist das? Ja. Na gut, wenn du das eingebst bei YouTube, dann kommst du allgemein auf Staffel FC aufgespuckt. Mhm. Und nicht nur auf meinem Kanal. Und vielleicht, vielleicht bist du ja auch schon zu fame. Mhm. Wesi. Was bist denn du für einer gewesen, gerade eben? Diese Peachy. Kleine Hurensohn, den habe ich voll in den Kopf geschossen, aber er... Ich glaube, manche verstehen mich da auch falsch. Ich möchte nicht so berühmt werden, wie jetzt zum Beispiel, äh, GEP oder so. Ich möchte einfach ein bisschen besser erreichen, so 400-Leute-Community, in der vielleicht, sagen wir mal so 20 bis 30 Leute schreiben. Dann bin ich glücklich. Also mehr brauche ich nicht. Also jeder, jeder glücklich. Mehr möchte ich gar nicht. Wenn es mehr wird, finde ich es vollkommen in Atmung, dann akzeptiere ich das auch. Und wenn es auch toll, aber... Mhm. Du weißt, was ich meine. Mhm, klar. Wo kam jetzt der her? Oh, die Klebe-Gradnaten, ey. Hängen am steilen Gebirge. Na, wir haben auch mal bitte epic. Was? Du kannst ja nicht gerade so schütteln. Oh, du wolltest gerade angriffen. Oh mein Gott, Panzer, Panzer, Panzer. Oh, super. Ah, du Scheiß-Panzer, ey. Ich finde es immer lustig, wie alle immer sagen. Hier, guck mal, Tori. Nice sack. Wer hat es dir gespielt, oder? Nein, ich habe ihn nicht killed. Das meinte. Und ich finde immer die lustig, die alles immer... Und der wird schicken passen. Nein, ich finde die Leute lächerlich, die immer bei allem von wirklich, bei allem von einem Hack oder so ausgehen. Mhm. Die einfach mal nicht akzeptieren können, wenn sie verlieren. Ja, aber ich würde sagen, es ist okay, es ist auch ein bisschen auch wichtig, weil... Also immer sage ich nicht, aber meistens ist es einfach so, dass wenn einer um die Ecke steht und schießt, dass der, ähm, unmöglich, doch ohne Hack... Natürlich, das kann man. Ich zeige mal, wie man um die Ecke schießt. Wie man um die Ecke schießt. Ich gehe jetzt, du, ich tue kurz meinen, äh, ein kleineres Vergleichungs-Skill, kann ich ja machen, dann nämlich mein Sattel als Scannen und der findet dann alle auf der Minimap und da weiß ich, aha, da um der Ecke kommt einer, Papa am Tod. Ja, der schießt aber um die Ecke, der steht dran und um die Ecke rum kommt die Kugel geflogen, das kann nicht sein, meiner Meinung nach. Ähm, ne, das geht natürlich nicht. Also, siehst du denn, das meine ich. Einer steht in der Ritze drin, auf dem Dach, siehst du in die Luft und die Kugel kommt natürlich genauso runter, dass sie mich im Kopf trifft und auf einen Schuss tötet. Sorry, aber da stimmt meiner Meinung nach was nicht. Ja, da schon, da schon gefüllt was nicht, aber wenn man, wenn du jetzt von der Ecke kommst und da vor dir dann ein Gegner steht, dann... Ja, da bin ich getötet, dann fehlt mir alle Gegner auf der Map, alle. Ah, den Mockingbird, den kenne ich, den habe ich schon öfters gesehen. Gegen den habe ich schon öfters verloren. Ich weiß nicht, wie du meinst. Und da beim gegnerischen Team ist er, da ist Mockingbird. Ah, ja. Ja, da ist der Platz. Der hat schon Platz getötet. Ah, faszin. Ja, passiert, ne? Tja, es hat aber eine von mir bekommen. Ich zocke gern gegen den auch, wenn ich oft verliere. Das ist auch so ein Robil. Halt dich schon wieder getötet. Mhm. Du verliere ich auch irgendwie immer nur gegen ihn. Du bist zum dritten oder vierten Maik, als man getötet ist. Toll. Jetzt bist du taurig. Ja, wer meint. Ich bin tot. Ich bin ja trotzdem, glaube ich, noch Ashton, oder? Nee, dritter Super nur noch. Oh ja, glaube ich, ein Panzer angeholt. Scheiß Fiji. Du hast dich bei Arkham Panzer angeholt. Zeig ihn. Kann ich nicht. Weil ich ihn nicht sehe. Okay. Okay, er kommt. Mit dem Target Dart schieße ich auf den Doktor Do. Und schießen. Einfach ab in die Luft mit den Raketen. Das ist einfach. Okay, haben erwischt. Warum hätten wir diese gerade einfach die Angeszeit? Oh Gott. Oh, Mockingbird. Grüßt dich. Hat er mich schon wieder gedötet, dieses Arschloch. Wo ist er denn? Ähm, bei den Sandsecken zwischen B und A. Du bist tot. Nein. Aber nicht durch mich. Laut Grat, äh, als er das Ding lebt er noch. Also ich hab nicht gesehen, dass er gestorben ist. Oh, B-Gots. Ist ja auch egal. Keine Ahnung, ey. Oh, da meint er nur. Oh, dritter. So. Ich will mal sagen, das war zu noch von der Aufnahme. Also Leute, man sieht sich wieder. Tschüss. Was machen? Sch thiessen. Da. Ja,ゆ, die neuer Das war so. Und ich will sowas richtig machen. Vielleicht was machen.